Das ARD-Duo Bastian Schweinsteiger und Esther Settlatschek berichtet vom Endspiel der EM. Bei einem Thema ist der Ex-DFB-Star nicht ganz auf der Höhe. Berlin, im Olympiastadion von Berlin, berichtete das ARD-Duo Settlatschek und Schweinsteiger vom Finale der EM 2024 zwischen Spanien und England. Schweinsteiger war der Meinung, dass der Sieg der Furia Rocha verdient war. Schweinsteiger analysiert das EM-Finale zwischen Spanien und England. Er erklärte nach dem Spiel, den Engländern haben einfach Genauigkeit und verschiedene Details gefehlt, um hier als verdienter Sieger runterzugehen. Es war heute nicht ihr Tag und die Spanier haben gezeigt, dass sie die bessere Mannschaft sind. Nach dem Schlusspfiff des Finales gab es in der Analyse, an der neben Settlatschek und Schweinsteiger auch Almut Schult und Alexander Bommes teilnahmen, weitere Diskussionen. ARD-Moderator Bommes brachte das Thema Gareth Southgate, den Cheftrainer von England, auf den Tisch, der nach 2021 mit seinem Team das zweite EM-Finale in Folge verloren hat. Du hast einen Trainer, hinter dem die Mannschaft offenkundig steht und der Sie ganz nach vorne gebracht hat. Er ist aber jetzt derjenige, der sinnbildlich für zwei verlorene EM-Finals steht. Was macht man jetzt? Stellte er die Frage in die Runde. Man muss sehen, dass er überhaupt zwei Finals erreicht hat, entgegnete Schult. Nimmt man das jetzt als Benchmark oder sagt man, das haftet ihm jetzt so an, da müssen wir reagieren, fügte Bommes hinzu. ARD-Experte Schweinsteiger verfehlt ein Thema komplett. Als Bastian Schweinsteiger das Wort ergriff, schien er ein völlig anderes Thema im Kopf zu haben. Du musst ja auch eine Alternative haben. Oli Watkins spielt bei Aston Villa. Das ist jetzt nicht das Niveau von Harry Kane, sagte der 39-Jährige. Ich meine aber jetzt Southgate, unterbrach ihn Bommes. Ja klar, aber sag mir noch zwei andere Mittelstürmer, die die Qualität haben von Harry Kane. Es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, er ist auch der Kapitän. Du kannst sagen, ich säge ihn ab und nehme jemand anders als Kapitän. Aber das ist nicht die feine englische Art, fuhr Schweinsteiger fort. Bevor Settlacek ihn daran erinnerte, dass es um die Zukunft des Trainers geht. Ja, aber ich glaube nicht, dass das alleine der Grund ist, wieso England keine Titel gewinnt, murmelte Schweinsteiger. In diesen Momenten der Analyse des EM-Finals schien der Weltmeister von 2014 nicht ganz bei der Sache zu sein.